Sandra Keller, schnellst im Zeittraining Woman Cup. Wie ist dein Fazit? Ja, es ist eigentlich recht gut gegangen. Ich habe mich auch recht wohl gefühlt. Da finde ich ein guter Flow. Es hat schon viele Löcher und Rillen, aber es macht extrem viel Spass. Ja, ich habe mich recht gut gefühlt. Schlatt, die letzten zwei Jahre ein wenig Pech gehabt. Du bist heute Morgen mit dem Velo hierher gekommen. Wie ist es für dich, zu Hause zu fahren? Ja, es ist immer mega speziell, wenn ich hier zu Hause fahren darf, wenn alles stimmt und es eben nicht abgesagt wird. Es ist immer mega cool, wenn so viele Leute kommen und mich auch anführen. Jetzt für das Rennen selber, was ist dein Plan oder was wird der Schlüssel zum Erfolg heute? Ja, sicher einfach nicht nervös sein, weil es halt das Heimrennen ist. Trotzdem einfach den Kopf einschalten und normal fahren und klar, zweimal gewinnen wäre das Ziel. Eigentlich brauchst du nur den Startparker und die Zielflagge. Den Rest kannst du ja ausblenden und dann beim SamTV nachschauen. Geniesse es heute. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke vielmals.